Hallo Zockerfreunde und weiter geht's in die Elder Scrolls 5 Skyrim. So, Delfin und Esperon sind schon vorausgelaufen. Wir wollen jetzt auch los. Also Lydia und ich. Ja, dann komm mal da raus. Wir machen mal den Schrank zu. Gebt auf euch Achtordner. Lebt wohl. Ja, okay. Natürlich. Ihr auch Delfin. Passt auf euch auf. Ja, so. Ähm. Also, wir wollen jetzt zur Kartspitze. Das heißt, wir müssen, wir müssen, wir müssen. Moment, das machen wir weg. Weil dort müssen wir ja diese Tafel finden. Hier. Ne, also, ähm, zu diesem Tempel müssen wir. Also, da ist ja diese Tafel von Alduin. Oder zumindest, die man wegen Alduin dort errichtet hat. Oh, genau, die müssen wir jetzt finden. Was? So. Habt ihr etwas gesagt? Äh, ein Pferd? Wer hat denn hier ein Pferd? Okay. Egal. Wir müssen, wir müssen, wir müssen. Oh, diese Richtung. Ich will mal gerade schauen. Ähm, da gehen wir am besten, ja, hier hoch, würde ich sagen. Oder wisst ihr was? Wir machen uns hier zu dieser Festung, schon mal. Ja, näher ran kommen wir da noch nicht, ne? Ne, wir machen uns hier zu dieser Festung per Schnellreise. Und dann würde ich sagen, ja, von dort auseinander hinreisen. Dann können wir vielleicht noch ein paar Orte entdecken. Müssen wir mal schauen. So, das ist diese Festung. So, wir müssen aber, Moment. Mal schauen, ob ich hier richtig gucke. Jawohl. Das heißt, wir machen uns hier auf den Weg zur Karts-Spitze. Nimm noch ein paar Blümchen mit, ne? Oh, ein Drache, ein Drache, ein Drache. Alter Schwede. Der hat gerade da drauf gestanden. Aber ich finde, das war ein, äh, Bug. So, warte mal. Ey, komm doch mal ein bisschen näher, Mann. Ich brauch mal, ich brauch mal Pfeil und Bogen. Das ist, äh, äh, nein. Da müssen wir hin. So, weil das war nämlich nur der Zauber, was wir da haben können. So, das ist sieben. Das ist acht. Ich hab da noch was stärkeres, oder? Zehn, acht, zehn. Der Damens Bogen hat nur acht. Der hat neun. Gut, nehmen wir zehn. Und dann schauen wir mal, ob wir den Burschen da kriegen. So. Okay, hier haben wir wahrscheinlich gleich zwei Gegner. Ähm, ja, der Bursche haut das ab. Und da sind auch, äh, andere Gegner. Das ist ungünstig. So. So. Ja. So nicht. So, wir kriegen nicht. Warte nur. Boah. Wart's ab. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er hin? Da sind jetzt lauter Gegner. Das ist natürlich blöd. Und Lydia rennt natürlich mitten rein. Das ist auch blöd. Alter Schwede, wo ist denn der Drache? Da oben ist er. Wo? Ah! Ah, da! So. Und, äh, du stirbst. Lydia hat's ganz schön erwischt. Aber sie wird sich auch wieder erholen. Na, komm. Moment mal. Ach, den werden wir doch wohl noch kriegen. Verdammt noch eins. Der Drache röstet hier alle? Und zu mir will er nicht kommen, oder was? Oh, was? Komm her, komm. Jetzt ist er da hinten. Echt jetzt? Gut, hüpfen wir hier mal runter. Und schauen mal, dass wir da hinkommen. Wo ist er? Da. Ja! Komm her! Okay, wo ist er? Komm her! Das gibt's ja wohl nicht. Werden wir doch wohl noch kriegen hier. Komm mal her, du Feigling. Ei, der Fresse. Der fliegt überall hin, nur nicht da, wo er soll. Ja, und ich hab dich wieder getroffen. Und noch einmal. So. Lydia, kämpfe! Kämpfe, was das Zeug hält! Kämpfe, was das Zeug hält! Hau ihn um! Halt, ich muss mal schnell. Ähm, 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 objekte. Schnell, 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 schnell. Ich brauch was zur Heilung. Was haben wir hier? Äh. Ähm, nein, 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 nein. Das da. Das könnte uns eventuell helfen. Das da könnte uns helfen. Ach! Ja, mein Freund! Dich kriegen wir! Dich kriegen wir! Und die Schiske uns verbessert. Das ist gut. Alter Schwede! Uh! Das war schon wieder richtig knapp. Okay, da haben wir wieder einiges bekommen von ihm. Und jetzt kriegen wir auch noch eine weitere Drachenseele. Uh! Ja, ja, jetzt kokelst du mich nicht mehr an, mein Freund. Sag ich dir. Oh! Meine Fresse. So, äh, Lydia? Du bist ja jetzt nicht da reingerannt, oder? Lydia? Okay. Dann würde ich sagen, ähm, das ist Lydia. Die steht da oben und wartet. Worauf wartest du denn, Mädel? Hier können wir später immer noch plüdern. Jetzt kommen wir erst mal mit. Echt mal. Wir wollen doch mal da hinkommen. Wir wollen ja mit der Story hier weitermachen und so. Weißt du? Und, äh, Esper und Delfin und so, ne? Die warten ja auf uns. So. Halt hier, Blümchen. So, die nehmen wir im Vorbeilaufen mit. Und allzu weit sollte es ja eigentlich nicht sein. Ich hoffe, ich bin jetzt auf dem richtigen Weg. Äh, yo, 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 yo. Ist der richtige Weg. Das ist gut. Und gleich geht dem Burschen hier wieder die Puste aus. Oh, Blümchen und Schmetterling. Schmetterling. Geschlapp. So. So. Okay. Wir laufen einfach schon wieder Wölfe. So. Na, den haben wir nicht getroffen. So. Schauen wir mal. Wo ist er? So. Das war er. So, den Fuchs hat er tot gemacht. Na ja, gut. Was fällt mit? So, und ich hoffe, ich bin hier noch irgendwie auf dem richtigen Weg. Jetzt noch mal schauen. Jetzt bin ich mir so ein bisschen abgekommen. Nö, wir sind richtig. Wir sind richtig. Ach, keine Panik. Wir finden schon noch den Weg. Da ist ja schon wieder ein Drache. Können wir den auch kriegen? Das wäre gar nicht mal verkehrt. Weil je mehr Drachen Seelen wir haben, desto besser. Ach, ihr Deppen. Das ist die falsche. Und natürlich geht unserem Krieger hier die Puste aus. So. Ja, 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 ja. Weiter, 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 weiter. Komm, den kriegen wir, den kriegen wir, den kriegen wir. Mach dich weg, Wuchs. Dich wollen wir nicht. Wir wollen den Drachen da oben. Den müssen wir kriegen. Je mehr Drachenseelen wir haben, desto besser. Ja, 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 ja. Ja, da ist er, da ist er. So. Oh, daneben. So. Komm. Und weiter. Ich muss natürlich die Anzeige im Auge behalten. So, komm her, komm, 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 komm. Ja, flieg nicht weg, Junge. Komm her. So. Noch ein. Und noch ein. Komm her. Los. Ja, wir kriegen dich. Auch dich werden wir platt machen. Du hast keine Chance. Überhaupt nicht. Meine Bugs-Skills werden nämlich auch langsam besser. Jawohl. Und fall um. Yeah. Hey, den haben wir aber ziemlich leicht fertig gemacht. So. Oh, ja, ja. Der hat wieder ordentliches Zeug dabei. Das ist gut. So, und dann nehmen wir noch die Drachenseele mit. Puh. Hat den aber recht leicht gekriegt. Also, der war nicht ganz so stark. Ja. So. Mal schauen, sind wir noch auf dem richtigen Weg. Jo. Alles Butter. Weiter geht's. Lydia? 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 Ähm, hallo, Lydia? Nehmen wir noch Schmetterling mit? Wo ist denn unsere Lydia? Ach, da. Ja, komm. Komm mit, Mädel. Wir wollen weiter. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Nicht trödeln. Meine Güte, da ist die da. Und wartet einfach. So. Oryx, dat. Aber da haben wir was geliehen. Das sieht so aus wie Hedge-Down. Aber das ist, äh... Oh, das ist ein weiteres Drachen-Grab. Genau, das... Da ist wahrscheinlich der Drachen rausgekommen, den wir eben besiegt hatten. So, wir müssen jetzt erst mal schauen. Wo muss ich denn jetzt weiter? Ähm... Okay, da geht's nach Horyx, dat. Wir wollen da weiter. Nach Horyx, dat wollen wir jetzt erst mal nicht. Und unserem Burschen geht schon wieder die Puste aus. Weil es völlig gefährdet. Okay. Okay. Naja. Nehmen wir die Pferdedecke auch mit. Schade um das Pferd. Oh, wir haben aber einige. Okay. Okay. Hey! Wo war das? Ach so! Schon wieder so eine blöde Falle. Ah! Wie, wie gibt's denn hier? So, was haben wir denn da? Okay. Gut. Da ist noch ein Besen. Ein Besen wollen wir nicht. Ich hab nicht vor, die Straße zu kehren. Gut. Aber das finde ich auch immer so krass. Das Kätzchen hier ist futsch, ne? Aber das Schwänzchen da ist wedelt fein weiter. Da ist auch so ein Bug. Okay, nehmen wir das auch noch mit. Da ist ein Vorbeilaufen. Warte mal, warte mal, warte mal. Ne. So, Blümchen einsammeln. So, ich geh mal davon aus, dass wir dort weiter müssen. Ja, also geradeaus eigentlich nur. Und was, äh, bist du für einer? Hä? Hast du die Platz gemacht? Ja, das nehmen wir auch mit. Wenn du es nicht willst, ich brauche es. So. Ich warte auf einen würdigen Tod. Äh, ein guter Tod? Ja. Würde ich mich einfach hinlegen und sterben, würde es Malakad nicht gefallen. Äh, warum wollte ich sterben? Meine Zeit ist gekommen. Ich bin alt. Zu alt, um noch Häuptling zu werden. Es wäre falsch, um meinem Alter noch Frauen zu nehmen. Also werde ich sterben. Ach komm, so alt ist sie, ist aber gar nicht aus. Man hat sie die Vision eines glorreichen Todes geschenkt. Ich warte hier darauf, dass sie sich erfüllt. Wie ihr seht, ist es noch nicht geschehen. Okay, äh. Fühlt mich, sieht ihr nicht so alt aus? Natürlich. Aber jemand sollte den Tod finden, solange er sich noch einen echten Mann nennen kann. Wir Orkmänner sind nicht wie die Nord- oder die Kaiserlichen, die sich an ihr Leben klammern, bis sie alt und schwach sind und in die Haare ausfallen. Sich an etwas festzuhalten, das seinen Nutzen verloren hat, ist ungebührlich. Umso mehr, wenn es sich um euch selbst handelt. Okay, äh. Ihr scheint euch nicht davon abbringen zu lassen. Ich will nicht, dass ihr meinen ehrvollen Tod verscheucht. Ähm, warte mal. Geht, wenn ihr nicht hier seid, mir einen würdigen Tod zu bescheren. Äh, ja. Ähm. Vielleicht könnte ich euch zu einem, eurem ersehnten Tod verhelfen. Seid ihr euch da sicher? Äh. Ja. Hm. Helfen wir dem kleinen Ork hier. Wir werden sehen. So, Moment. Erstmal, ähm. Du hast doch nichts dagegen, wenn ich mal gerade die Waffe wechsel. Ähm. Ja. Nehmen wir... Wir nehmen das. Ja. So, und dann wollen wir mal schauen hier. So, und dann ein bisschen getoastet. So. So, ähm. Ja, würdiger Tod. Aber, Junge, du stirbst nackig. So, dann wollen wir mal weiter. Ne, wir haben ihm jetzt seinen ehrvollen Tod beschafft. Alter Schwede, da klebt ja richtig Blut an meiner Axt. Oh, den hab ich aber gut zugerichtet. Weiter. So, äh, Gas und Weiß sollte es ja eigentlich nicht mehr sein. Ich meine, wir haben ja schon ein Stück Weg geschafft, ne? Oder? Ah ja, gut. Ein Stück ist es noch. Ein Stück ist es noch. Ein Stück ist es noch. Aber wir sind noch auf dem richtigen Weg. Das ist wichtig. Ja, ich verlaufe mich in solchen Games gerne. Das wird dann immer wieder. Und, äh, Wölfchen. Wir machen Toast aus dir. Hallo, Rösti. So. Ach ne, Rösti und Toast, die liegen ja da hinten, ne? Du, dich nenn ich Kohli. Ne? Weil er so schön verkohlt. Ist halt Kohli. Okay. Lauch mal ein bisschen schneller. Gib mal Gas hier. Wahrscheinlich kommt Lydia wieder nicht hinterher. Aber das soll uns jetzt nicht weiter stören. Ich will jetzt erstmal nur so ein bisschen vorankommen. Dass wir hier unser Ziel auch mal erreichen. Alter Schwede, alter Schwede. Jawohl. Au. Den haben wir aber jetzt richtig gut gegeben. Das heißt, wir haben den Wolf hier so kritisch einverpasst. Wir müssen mal jemanden finden, den wir die ganzen Platte Radasch verkaufen hier. Was ist denn? Achso, das sah nur so aus. So, wie weit haben wir es noch? Ne, wir haben noch einen Weg von uns. Ja, weiter Weg. Weiter Weg. Das hat ein bisschen Gas gegeben hier. So. Den Geistbock, den lassen wir in Ruhe. Und wieder mal die Pustehalle. War ja klar. So. Was ist das für einer? Holst du denn hin? Hast du was zu verkaufen? Oder beziehungsweise willst du was kaufen? Ne, ich glaube das ist ein Bade. Steck den Laden nicht in Brand, klar? Das ist ein Bade. Den, äh, nein. Ich will nicht, dass er mir jetzt was vorsieht. Was vorsieht. So, okay. Da geht's weiter. Es sieht auf jeden Fall alles noch richtig aus. Warte, wir brauchen ja nur den Pfeil oben nachzulaufen. Dann sollten wir auf jeden Fall richtig ankommen. Schauen wir mal. Und was ist das? Schauen wir uns das mal an. Hoi. Ah, dann können wir mit dir ja handeln. Geh mal auf deinen Blick darauf. So, was können wir dir denn verkaufen? Äh, nix besonderes, ne? Ey, warte mal, was hast du denn da? Das, das, das. Ne, brauche ich alles nicht. Ich will mal gerade schauen, was kann ich dir denn verkaufen? Äh, davon schon mal nicht. Aber ich kann dir Rüstung verkaufen. Das ist gar nicht so verkehrt. Äh, besitzt du nur vier Gold. Nur vier Gold? Ernsthaft? Da komm, ich will mal nicht so sein. Kriegst du was, ne? So, ähm. Also gut. Vier Gold. Wie armselig. Okay, das können wir hier nicht mitnehmen. Das wäre dann stehlen. Aber wir können uns mal hier so ein bisschen... Warte mal, können wir das Muster mitnehmen? Jawohl. Ich jage und fische seit Jahren in dieser Gegend. Ja, ja, mach du mal. Mach du mal. Wir müssen weiter. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, sie gefragt zu haben, was sie hier treibt. Aber egal, egal. Die sind hier sowieso sehr zählfreudig, die Leute hier, ne? Die erzählen aber echt alles. Alter! Du kommst hier einfach von hinten. Du wirst auch gebraten. Ich nenne dich Brati. Hi Lydia. Ist doch irgendwie... Irgendwo schon wieder ein Drache. Da! Da! Na, komm runter. Komm runter. Ja, 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 ja! Okay. Äh, damit geht's nicht. Wir brauchen Pfeilerbogen wieder. Äh, wo ist denn unser... Der achte... Neue, nehmen wir jetzt den hier. Ah! Ah! Anstatt zu ziehen. Ja, 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 komm her, komm! So! Okay. Ja! Ach! Das gibt's doch nicht. Das haut ihr schon wieder ab. Äh, denkst du? Äh, der röstet dich gleich. Der röstet dich gleich. Hast du gesehen? Ey! 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 So, ähm... Hier brennt einiges. Ey! 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 So, äh, der röstet dich gleich. Du sollst kein Alkohol, du musst kämpfen. Du musst kämpfen. Ja, hier. Und wo ist Zeug sowieso nicht? Essen Apfel ist gesünder. Ähm. Ja, und das nehmen wir auch noch hier. Machen wir uns mal voll. So. Wo ist dieser Drache? Alter Schwede. Ah, ich seh grad nicht so viel. Alter, das gibt's doch nicht. Der ist echt saustark, der Drache. Ähm, ja. Haben wir hier irgendwas, was mir vielleicht in irgendeiner Form helfen könnte? So. Ähm. Was für Schwedehung? Nein, wir wollen kein Gift. Äh. Wir haben doch mit Sicherheit noch irgendwas, was uns da besser hilft. So. Ja, das geht mich auch langsam zur Neige her. Unsere Tränke. Und ich bin... Was? Das ist doch... Resistenz! Ah, Feuerresistenz! Das ist gut. Das ist ja mal richtig perfekt. Und dann brauchen wir noch ein bisschen mehr Heilung. Alter Schwede, das gibt's ja nicht. Sieht so aus, als müssen wir doch mal ein bisschen Wein nehmen. So, ein paar Tomaten noch. Ja, was soll denn das? So, ähm, was haben wir hier noch? Ja, der Käse hält ganz gut. So, komm runter. Komm runter. So, und noch eine Daia. Und noch eine Daia. Wo bist du? Okay. Ganz so viel hat uns jetzt nicht getan. Das ist gut. Wo ist eigentlich Lydia? Da bist du. Da. So, blöde Blutrache. Ja, Lydia, gib mir ein bisschen Gas hier. Ich bin nämlich hier kurz vorm Verrecken, sag mal. Ja, den Käse auch mal auch da rein. Hier haben wir noch irgendwas, was uns heilen kann. Das wird ein harter Kampf. Das wird ein ganz harter Kampf hier. Alter Schwede. Ja. Der ist wahrscheinlich schon wieder da weg. So, und, ähm, ich muss mal gucken. Vielleicht haben wir noch irgendwas, was uns hier an Tränken hilft. Äh, ich glaube, in der, ähm, Big Push. Nein, das wollen wir natürlich nicht. Äh, Ziel ist, nein. Er zielt am Ziel 10 Sekunden lang 1 Punkt Gesundheit pro Sekunde. Entzieht? Ne, entziehen soll es ja nicht. Äh, was ist das denn? Die Treibfähigkeit wird 300 Sekunden. Nein, stellt Punkte Ausdauer wieder her. Nein, dann steigert die, äh, was? Fertigkeit leichte Rüstung. Nein. Ganz lustiger, unter Wasser atmen. Nein, stellt 100 Punkte Ausdauer. Nein, nein, ach Mensch, habe ich echt nur so, Mist. Bögen verursachen 60 Sekunden, 20 Prozent mehr Schaden, das ist gut. Dann steigert die Fertigkeit schwere Rüstung. Ich glaube, ich habe eine schwere Rüstung an. Dann, äh, blockieren. Nein. Zweihandwaffen. Nein. Fähigkeit. Was? Fragfähigkeit. Nein, wir brauchen keine Fragfähigkeit. Ausdauer. Nein. Frostresistenz. Nein. Haben wir keine Feuerresistenz mehr? Anscheinend nicht. Äh, Magiker. Also, ähm, bis 60 Sekunden sind schwerer zu entdecken. Okay, äh, das bringt es uns auch nicht. Wo bist du? So. Der sollte jetzt deutlich mehr Schaden haben. Jawohl. Ja. Raus hier. Ähm, und wir müssen schon wieder heilen. Das ist echt unglaublich. Der Drache, der ist Wahnsinn. Egal, hauen wir uns ein paar Weinflaschen rein. Ne, Weinflaschen bringt es nicht. Essen brauchen wir. Ähm, Lydia. Hast du vielleicht auch was zu essen dabei? Weil lange werde ich hier nicht mehr durchhalten. Ne, komm, wir essen mal noch ein paar rohe Kartoffeln. So, äh, was? Das kann uns auch helfen. Echt jetzt nicht viel, aber es ist was. Oh, Mann. Also, ich muss echt sagen, ich will mal gerade gucken, haben wir nichts besseres an Rüstung? Das ist 33, was wir haben. Ähm. Nein, das bringt uns alles nichts. Äh, Rüstung 29, nein. Aber nichts besseres an Rüstung? Ne, unsere hat 33. Ja, das ist übel. Was ist der Helm? Der 20. Moment mal. Der 20. Und der hier hat 18. Ne, das bringt es auch nicht. Äh, steigert die Feuerresistenz um 30%. Ja, ja. Das brauchen wir doch. Wo ist der Drache jetzt? Wir haben ein bisschen Feuerresistenz, mein Freund. Da ist er. Alter Schwede, der fliegt immer über uns weg und dann verdünnisiert er sich schnell wieder. Wo ist er? Ja, komm runter. Komm her. Dich kriege ich. Verlass dich drauf. Ja. So, wir müssen mal hier aus dem Feuer raus, sonst sehen wir nichts. So. Okay. Wo ist der Drache? Da ist er. So. Das nützt dir überhaupt nichts. Hier, hau mal nicht ab, Mann. Ich bin noch nicht fertig mit dir. Der hört nicht auf mich, also. Hier, komm mal jetzt bei Fuß hier. So, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Hä? Da irgendwo muss er sein. Ich ziehe ihn gerade nicht. Da ist er. Da hinten. Da hinten. Komm her, mein Drache. Komm her, Junge. Ja, 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 ja. Das denkst du nur. Das denkst du nur. Ich hole dich, mein Freund. Ja, 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 ja. Spuck du mal Feuer. Ich habe Feuerresistenz, mein Freund. Das sind zwar nur 30 Prozent, aber das sollte reichen, um dich alle zu machen. Sowas von alle. So, und ich muss jetzt mal flüchten. So, und, äh, ja, das war jetzt nicht so gut. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Wir müssen heilen. Wir müssen irgendwie heilen. Ich muss mal gerade gucken. Objekte haben wir noch irgendwas. Irgendwas. Nein, nein, nein. Kann uns das heilen? So, Moment. Das kann uns ein bisschen heilen. Jawohl, jawohl, jawohl. Jetzt können wir den Drachen hier die Ohren langziehen, aber nicht so. Wo ist er? So, ich sehe ihn gerade nicht. Aber ich will den Burschen jetzt mal die Ohren langziehen hier. Da unten ist er. Da hinten. So. Ja. Ey, was denn jetzt? Ach, ich kann gar nicht schießen hier. Ja, das nützt dir nichts mehr. Dich habe ich so gut wie alle. Achte drauf. Du haust mir nicht mehr ab. Holla, Devarti. So. Und du blödes Vieh, ich mache das nicht nochmal mit mir. Puh. Meine Fresse. Dich nehmen wir auch mit dir. So. So. Halleluja. Irgendwas ist hier gefährliches Wasser, glaube ich. Was hast du für ein Problem? Wenn ihr wahre Söhne und Töchter von Himmelsrand kennt, dann sagt ihnen, sie sollen nach Windhelm eilen. Ulfric Sturmmantel erwartet sie. Jemand muss mir helfen. Äh, ja, jetzt muss ich mal gucken, da muss ich lang. Das heißt, wir gehen hier weiter. Meine Fresse, wir sind aber jetzt einigen Drachen unterwegs begegnet. Und, äh, noch so ein Kampf werde ich wahrscheinlich nicht so wirklich überstehen. Könnte etwas schwierig werden. Ähm, Lydia, könntest du mal... Ähm, Moment mal. Erstmal hier die Bewaffnung ändern. Äh, nein, nein, das ist alles Zweihand. Zweihand will ich nicht. Ähm, nehmen wir wieder eine Axt. Ähm, haben wir hier vielleicht auch, äh, eine andere Axt, die eine eine hat, die mehr Schaden macht. Äh, das sieht nicht so aus. Nein, das ist auch Zweihund. Alles Zweihand. Ne, 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 ne. Okay. Das sollte gehen. So. Ach, ihr zwei seid das. Hallo. Ähm. Wir müssen, wir müssen doch da irgendwo lang, oder? Ja, geht mal vor. Könnt ihr jetzt echt hinter mir her? Wo ist eigentlich Lydia? Jetzt müssen wir erstmal gucken, wo wir da hin müssen. So. Weil da muss ja irgendwo hingehen. Ähm. Ja, hier im Berg rauf. Ich glaube nicht, dass das jetzt richtig ist. Aber irgendwo da muss das sein. Da irgendwo da muss das sein. Moment mal, schauen wir mal auf die Karte. Äh. Wir sollten vielleicht mal... Moment mal, kann ich nicht näher ran? Nein, kann ich nicht. Hm, hm, hm. Hm, hm. Das heißt, wir sehen hier nicht sehr viel. Okay. Gehen wir mal da um den Berg rum. Gehen wir mal da um den Berg rum. Ist da jemand? Ja. Hey. Sag mal. Was quäkst du denn so? Bist du eigentlich nur noch blöd? Hier, das nehme ich dir mal ab. So. Alter Schwede. Da wartet auch ein Magier. So, ähm. Äh. Und jetzt stirb. Das wurde aber Zeit. So, und äh. Ich muss mal kurz weg hier. Ich muss mal grad weg hier. Äh. Weil mir ist nämlich gerade nicht so gut, ne? Genau. Ich kann sich mal da drum kümmern. Das finde ich ganz gut. So. Und hier, ähm. Nehmen wir auch mal ein bisschen was mit. Dankeschön. Da sind ja noch mehr. Mit euch wollte ich mich eigentlich nicht an... Ach, da müssen wir hin. Da müssen wir hin. Das ist die Kartspitze. Ähm. Ich würde sagen, um die kümmern wir uns später. Ich mach mich erstmal in die... Öle hier rein. Weil ich hab im Moment auch nicht viele Heilmöglichkeiten. Also äußerst ungünstig. Ähm. Delfin, wo ist Lüge? Ja. Ja. Ey, sag doch mal. So. So. Abgeschworene. Ist klar. So. Wo ist eigentlich Lüge? Sag mal. Hat einer Lüge gesehen? So. Das stecken wir alles mal ein. So. Was haben wir denn hier? Ich hoffe, da sind auch ein paar Heidrinke dabei. Ne. Natürlich nicht. War ja klar. Haben wir hier irgendwas? Ich frage mich, wo Lydia ist. Da ist noch was dran. Frag ich mich echt? Die Frau echt mal. Sie könnte mal wirklich mal in der Nähe bleiben. Ja, genau. Ja. Das sind Akaviri-Symbole. Mal sehen. Ihr habt das Symbol für König und Krieger. Ja. Und natürlich das Symbol für Drachenblut. Es scheint eine Art nach unten gerichtete Pfeilfigur zu sein. Genau. Und wir müssen jetzt gucken. Normalerweise gibt es immer so Hinweise. Ich habe das damals hier per Zufall irgendwie hingekriegt. Jetzt weiß ich gerade nicht. Warte mal. Ne. Das sind alles die gleichen Symbole. Weil dann geht nämlich die Brücke dort runter. Wenn wir das richtig machen. Aber, ähm. Ja. Das Problem ist, dann machen wir es mal so. Zwei. Drei. Nein. Okay. Dann den nächsten. Eins. Zwei. Drei. Nein. Den nächsten. Das ist es. Was ist das? Das Symbol auf der mittleren Säule. Okay. Gut. Dann, äh. Angesichts der Tatsache, dass der Tempel der Himmelszuflucht gegen die Rückkehr des Drachenbluts versiegelt wurde, würde ich alle Säulen auf dieses Symbol drehen. Okay. Gut. Dann machen wir das mal. Das heißt, wir haben richtig gemacht. So. Äh. Wieso rennst du da unten lang? Da ist nix. Ach, Junge. Erst haut mir Lydia ab. Und dann er hier, ne. Und alle machen, was sie wollen. Ist das euer Ernst? Okay. Aber, was uns da weiter erwartet, wie es hier weiter geht, erfahren wir in der nächsten Folge, wie ich sage. Bis dahin. Und tschüss. löw czyst, wo wir laufen wollen. Und dann, wo wir da aliens lets儿 qui an death sind, wie ich weiß. Und dann, wo wir uns da erreichen. Und dann, wo... ich aufhör...